Also dann, ich verschwinde. Danke, Börtha. Wir sehen uns morgen. Nein, tun wir nicht. Ich sagte doch, dass ich für ein paar Tage zu einer Familienfeier fahre. Aber was mache ich denn dann? Na schön, kauen wir das Ganze nochmal durch. Ich habe eine Freundin gebeten, für mich einzuspringen. Ihr Name ist Esmeralda. Ich habe ihr genaue Anweisungen gegeben, was sie hier alles für sie zu machen hat. Weiß sie, dass sie mich auf den Bauch rollen muss, damit ich nicht an meiner Kossa sticke? Das ist Nummer 1 auf der Liste. Bisschen scharf. In den 70ern war sie es. Ja, ist vielleicht auch besser so. Ja, schlimm genug, dass es zwischen uns beiden sexuell funkt. Ach übrigens, Sie haben mir Urlaubsgeld versprochen. Okay. Wie viel haben wir denn ausgemacht? Das wird reichen. Bis dann. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen.